Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 24. Januar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1305. Heute mit den folgenden Themen Mac Mini M2, MacBook Pro, Audio Hijack, Spotify, Paypal, Huawei, Samsung, Revolut und You. Ich starte gleich mit dem Mac Mini, dem M2 und dem M2 Pro Modell. Ja, die Dinger, über die habe ich ja schon gesprochen, aber jetzt sind sie da, die ersten Testberichte. Apple hat vorab einige Medienseiten mit Hardware ausgestattet, wo sie das Ganze testen konnten. Dazu gibt es natürlich schon die ersten Videos, dazu gibt es schon die ersten Testberichte und die sind durchspannt positiv. Das ist ja vielfach so bei Geräten, die vorab rausgehen. Aber der M2 hat wirklich etwas, was andere Geräte nicht haben. Er ist nämlich unglaublich schnell. Natürlich nicht ganz so revolutionär im Vergleich vom Schritt, vom Intel-Geschichte auf den M1, wie jetzt vom M1 auf den M2. Aber dennoch mit einem grossen Sprung, was eben Geschwindigkeit und Performance anbelangt. Aber noch viel mehr der Preis, der eben sehr, sehr sexy ist. Wenn man das vergleicht mit einem Intel NUC, ich weiss nicht, ob ihr den kennt, das sind die kleinen Minicomputere, ich besitze mehrere von denen aus dem Hause Intel, die aber für, ich glaube, 10 Währungseinheiten Unterschied angeboten werden. Nur das Problem an den Teilen ist, die sind hohl in der Innenwelt, also inwendig. Da fehlt das RAM, da fehlt das WiFi-Modul und da fehlt der SSD-Speicher. Das heisst, du bekommst zum gleichen Preis eine leere Hülle, wo du dich zuerst noch ausstatten musst. Natürlich, beim Mac Mini kannst du da auch noch dazukaufen mit mehr Speicher und mehr anderen Geschichten mit drin, aber es ist schon verreckt, was da Apple anbietet. Entschuldigung, dieser Ausdruck. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf die kleine Mini-Maschine. Dann gibt es eben auch die ersten Reviews zum MacBook Pro mit den M2-Prozessoren und auch da klingen die ersten Testberichte sehr, sehr verheissungsvoll. Und wer weiss, vielleicht werde ich in den nächsten Wochen mir das Teil auch mal ein bisschen genauer anschauen können. Was wir uns nicht so schnell anschauen können werden, oder vielleicht schon, sofern ihr nach USA und Kanada geht, ist die Integration, von der ich schon darüber gesprochen habe hier in der Daily, von Spot Hero, welche bei Apple Maps integriert wurden. In den beiden genannten Ländern Nordamerikas werden über 8'000 Orte mit Parkhäusern und Parkplatzinformationen ausgestattet. Also das heisst, du klickst dann schon in der Apple Maps Kartenansicht angezeigt, wo die nächsten oder wo es genügend freie Parkplätze hat. Jetzt ist es online. Dann gibt es Neuigkeiten von der App oder aus der Software-Schmiede Roug Amoeba. Ich kann das nie richtig aussprechen. Audio Highjack heisst die App. Und die wird vor allem Menschen, die mit Audio, mit Streaming, mit Podcasting usw. zu tun haben, ein Begriff sein. Damit lässt sich eigentlich so ziemlich alles umdrahten in digitaler Form, was in Audio passiert in so einem Mac-Computer. Das heisst, du möchtest in deinem Podcast, in deinem Stream-Angebot irgendwas abbilden, was im Web abgespielt wird, irgendeinen kleinen Clip oder sonst irgendetwas, ein Audio-Fetzelchen. Dann kannst du das hier mit eben dieser Software zurechtbiegen und auch die Möglichkeit vom Aufnahme ist gegeben. So, was sich Podcaster vielfach wünschen. Ich muss mir die Software wieder mal genauer anschauen. Ich habe mir die mal vor Jahren für teuer Geld gekauft und nie wirklich gebraucht oder immer nur für ganz spezielle Events. Das könnte man mehr nutzen, finde ich doch. Weiter geht es mit Spotify und die gehören, ich habe es glaube ich in den letzten Tagen mal darüber gesprochen, zu den nächsten Firmen, die grosse Kündigungswellen anrufen. Ja, wie viele müssen gehen? Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube etwas um die 600 Mitarbeitenden. Und gleichzeitig hat der liebe Chef da verlauten lassen, aber wir haben auch so viele Innovationen wie nie. Zum Beispiel wie das Spotify HiFi. Wann war das nochmals? Ach ja, als Apple damals das Ganze angekündigt und umgesetzt hat, als Amazon das damals angekündigt und umgesetzt hat, hat Spotify das auch ganz gross angekündigt. Wir machen das übrigens auch. Hier, bleib bei uns, schmeisst das Geld in unsere Richtung. Das kam noch nicht. Vielleicht ist das einer dieser, in Anführungsschlusszeichen, Innovationen, die in den nächsten Wochen kommen wird. Wir dürfen gespannt bleiben. Weiter geht es mit Paypal. Und die haben ein Problem. In Deutschland zumindest. Da ist nämlich das Bundeskartellamt, das gegen sie vorgeht. Weshalb tun sie das? Ja, weil man Dinge gemacht hat, die man eigentlich nicht tun sollte. Nämlich Shop-Betreibenden Dinge vorschreiben, die die Mitbewerber nicht ganz so abbilden können und dann zu unschönen Situationen führen. Mal schauen, wie das Ganze ausgeht und ob Paypal da eins aufs Dach bekommt. Ich gehe mal schwer davon aus, weil zum einen der teuersten Lösungen auf dem Gebiet und dann eben noch Dinge vorweisen, die man zu tun hat als Shop-Betreibenden. Huawei wird nächstens das P60 Pro vorstellen. Die ersten Leaks sind aufgetaucht und wir wissen ja, dank Sanktionen aus den USA werden wir kein Android drauf sehen. In China zumindest kommt es mit Harmony OS raus. Bei uns wahrscheinlich immer noch mit EMUI, einer Android-Version und dem optischen, was Harmony OS anbelangt. Aber was spannend ist, es könnte, so wie es zumindest aktuell ausschaut, auf der neuesten Qualcomm Snapdragon 8 Generation 2 Prozessor laufen, aber einen abgespeckten eben ohne 5G. Wie schon bei den anderen Modellen vorab, haben sie immer so eine abgespeckte Version. Spannend daran ist aber auch, dass sie trotzdem, dass sie halt ein bisschen down gegangen sind, immer noch auf moderne Technik setzen, logischerweise, wo sie können. Zum Beispiel beim RAM hat man die DDR5-Technologie mit verbaut, mit UFS 4.0-Speichermodulen, somit sehr, sehr schnellen Zugriffen, Lese- und Schreibzugriffe. Das wird spannend, was dir dann eben die Kamera abbilden kann, respektiv die ersten Bilder zeigen da, dass du ein riesen, riesen Kamerating hinten dran hast. Ich bin schon sehr gespannt. Ihr wisst ja, ich bin ein kleiner Fanboy von so vielen Herstellern, aber unter anderem Huawei ist ein Ding, was mir sehr, sehr gut gefällt. Weiter geht's mit Samsung und die bieten anscheinend, oder bieten anscheinend, die haben eine Partnerschaft mit Ledger, das ist ein Hardware-Wallet für Krypto-Geschichten, für Web3-Modalitäten herausgebracht. Dazu gibt es, wenn man kauft, neue Smartphones und Samsung, ein Hardware-Wallet eben von Ledger plus einen Amazon-Gutschein von 100 Währungseinheiten obendrauf. Das gibt es natürlich exklusiv auf Amazon und das wird ab dem 1. Februar, kann man sich dafür registrieren. Somit wird das wahrscheinlich dann direkt mit den neuesten Geräten von Samsung zusammenfliessen, sprich den Möglichkeiten. Es gibt auch den Hinweis darauf, dass es dann im Bereich NFT etwas gibt von Samsung. Wir dürfen gespannt sein, was sie da auf den Markt bringen. Immer am Draht der Zeit, dieses Samsung. Ich bin gespannt, was da kommen wird. Neuigkeiten gibt es auch zu Revolut. Die wollen nämlich in diesem Frühling noch ein neues Abo rausbringen. Die haben ja Revolut Free, also das kostenlose. Dann ist es ein kleines Plus, dann irgendwie ein Premium. Das, was ich habe noch und bald mal abstellen sollte. Und so weiter und so fort. Und jetzt kommt noch ein Revolut Ultra obendrauf. Was kann das? Bis jetzt weiss man noch nicht viel, ausser deutlich mehr. Man munkelt in verschiedene Richtungen, Cashback etc. Zumindest gilt für diejenigen, die sich jetzt schon mal dafür registrieren, die haben im ersten Monat 5% Cashback. Also grosses, grosses Kaufen. Und profitieren, wie immer, dieses Ankurbeln von Schlimm. Aber ja, weiter ankurbeln tun wir auch bei You. Denn nach längeren Verhandlungen und hin und her, oder eben dank der Unterstützung von You, darf ich euch nicht nur 25 Trading Credits anbieten, wenn ihr das nutzen möchtet. Und oder besser gesagt mal ausprobieren möchtet. Neu gibt es 50 Trading Credits, wenn ihr You einmal ausprobiert. Und da passt es natürlich ganz gut dazu. Und deshalb habe ich die News auch hier jetzt drin. Es gibt neue Aktien, die sie mit ins Angebot aufgenommen haben. Und die passen hier in den Tech-Bereich sehr, sehr gut rein. Checkpoint Software, Cloudflare, Crowdstrike, Fortune, Palo Alto Networks und etwas, was ich nicht aussprechen kann. Und sie haben auch ein neues Krypto-Anlegeteilchen, Bancor. Ich kenne es vom Namen her, habe ich noch nicht viel damit beschäftigt. Klingt aber spannend. Aber wie immer, keine Anlageberatung natürlich hier im Podcast. Einfach mal als Hinweis für all diejenigen, die sich vielleicht das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen möchten. Und dann gab es gestern Abend noch, kurz wie immer um 19 Uhr, knapp zwei, drei Minuten davor, hat es gestartet, die Update-Orgie. Das Internet wurde wieder stark belastet, weil alle Apple-Devices, iPad und iPhones, sind mit einem neuen Update ausgestattet worden. Wer das noch nicht gemacht hat, macht bitte vorab ein Backup und nachher könnt ihr gerne das Update einspielen. Es kommen neue, coole Geschichten, wie zum Beispiel eben die Möglichkeit, dass eure Homepods, die da auch ein Updates bekommen, dann Temperatur messen können und Feuchtigkeit. Und ganz wichtig, die ADP, die Verschlüsselung von Apple, da muss man sich unbedingt das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen und mich mit beschäftigen. Ich habe die Tage schon mal darüber gesprochen. Blogpost, wie immer auf dem Pogipsi.ch-Blog, da könnt ihr nachschauen. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Reinhören an diesem Tag. Wir haben noch nicht Wochenende, nee, ich wünsche euch einen schönen Dienstag und wir hören uns dann bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.